herzlich willkommen bei s21 bau tv heute mal wieder ein längstes bahnhofstrokes video blickrichtung zum nord eingang und gleich noch mal eine bemerkung zum thema ton das ist ja ein dauerbrenner ja beim fernand leitner steg habe ich angefangen zum ersten mal mit diesem mikrofon system von dj am iphone zu filmen also ich glaube am ersten tag habe ich null dezibel verstärkung eingestellt dann mal plus drei gestern plus eins jetzt hat jemand geschrieben mikrofon ist zu leise da mikrofone meistens immer ganz still sind und laut sprecher laut sind nämlich an zu leise eingestellt also heute habe ich plus zwei dezibel dann schreibt doch bitte mal rein wie es heute ist und in der zwischenzeit zum ich auf k 27 da wird fleißig gearbeitet und ich krieg das wackeln hinweg was ist hier los bissel rüber nach rechts da haben wir heute schon ein paar mal den betonkübel auf der webcam gesehen ein blick ist nicht möglich irgendwie war das so eine fitzl arbeit also für diese dimensionen fitzl arbeit in b a 11 an der seitmann ich habe ehrlich gesagt nicht geblickt was genau gemacht wird da hoffe ich auf eure kommentar technische unterstützung schwenken wir mal nach rechts hinten k 28 davor sk 24 wie in meinen alten videos die messeule gezeigt und in den kommentaren gepostet hier ist also eine laser messeinrichtung drauf die mögliche sitzungen erfasst deswegen hier der da wird es ja mal schlecht muss man gleich auf das diciclo deswegen hier der kleine turm alle stunde läuft das messgerät an seine reflektor punkte und misst die entfernungen und damit können setzungen jederzeit erfasst werden und sind dokumentiert k 21 ist auf fleißig in arbeit die stelle muss ich mir jetzt genauer anhören später denn der audio ausschlag im display war da und ich war ganz still und es war aber böig versagt der windschutz eventuell hört man im hintergrund fußballfans hier die seiten ecke bei d6 schweißbahnen drauf der neue steg kommt ins blickfeld und ich bin gespannt ob man von d4 von hier was sehen kann das wird schwierig da geht gar nix da geht gar nix danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao